Mit einem anderen Spiel, gucken wir uns das klappt, und zwar Mystery of the Ancient and Deadly and Cold Reaction. Reaction. Wie immer. Ein kleines Spiel. Eigentlich müsste er los, aber durchhalten. Herzlich sehr lang rauchen. Ja. Ciao. So, nochmal. Wie gesagt, wir stehen im Optics Spiel. Schauen wir einfach mal. Wie weit wir kommen? Weiß ich wie lange die Blumen reicht, weil... Ich zieht bei einem PC extra viel Blumen gerade. Bei Gigabyte frei. Das ist nicht viel. Mal schauen. Wir gucken mal. Wir sind nämlich bei 2,8. Ne? 2,7. Ich muss schnell anfangen, sonst kriege ich keine Aufnahme hin. Okay, wenigstens eine Kurzaufnahme. Wieder ein kurzes Spiel, ich weiß nicht. Mal gucken, wie weit ich komme. Die Hauptstory nehmen wir mal. Was ist das hier? Weiter. Okay. 15 ist ja egal. Ja. Ja. Wie auch immer. Ja, machen wir einfach weiter. Einfach bevor ich es ja so mache eigentlich. Ich dachte einfach mal. Ich muss schon mal weggehen. Und wir fangen die Vorgeschichte an. Wie immer. Ich habe fast glaube ich, es wird die Aufnahmen ganz krass hier. Aber ich habe keine Lust mehr damit zu stellen. Das Bild auf jeden Fall da. Das ist auch schön. Wir schauen einfach mal hin. Ja. 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 Wir gehen rein, bevor das releaseümüzd Breaks-Blizard kommt. Ja. 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 soll loh! Kaza ist schon mal gespielt, habe ich das Spiel, ich weiß es gar nicht, hat sich alle gefroren. Doch nicht. Would you like some ventrilled? Nööööö. Okay, wir schauen einfach mal. Ach so, der Schlüssel. Ja, ich muss rein kommen, das wird nicht lange her. Ähm, ähm, ähm. Ich weiß es nicht. Hm. Ich will ja auch was eigentlich. Ich will ja auch was eigentlich. Ähm. Ich will ja auch was eigentlich. Das bin ich wie... Ah, okay. Zu keine. Hier. Schlüssel. So. Das war hier wieder rein. Ich weiß nicht, ob ich was schon gemacht habe. Ich glaube schon. Aber bin ich sicher. was. Ich weiß gar nicht, ob ich das Ganze drauf reinkomme. Ich glaube, dass ich noch einen Angef even hält. Das war's. Ich hab ja da schon mal gespielt, ich bin mir ganz sicher. Da hast du es, die kann es noch anders sein. Die sind auch. Ja. Ja. Ich hab das. 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 Na. Mal mit. Weiß auf, was bringt aber... So, ich heiße ja, wer schon mal gespielt hat. Ich guck mal, was eine Frau schon mal gespielt hat. Der ist nicht sicher. Kleber. Das heißt vorhin 4. Da ist links. Ach so raus. So, dann gehen wir jetzt zurück. Und gehen dann da hin. Wo ist denn dann da? Passer aus, was immer da ist. Einschrauben sie an. Dann nehmen wir mit. Gehen dann wieder raus. Gehen dann wieder rein. Ich bin nicht echt sicher, weil das schon mal wieder an der Stelle. Ich stelle lieber das rausdrehen. Oh nein. Okay. Okay. Hey. Hey. Big Power. Over here. Hurry. Help Kira and hide in our house. I've come back for you. I swear it. Ich weiß wirklich mal das Tor auf. Gehen dann. Gehen dann. Gehen dann. Gehen dann. Gehen dann. Das Ding ist kaputt. Ich bin nicht sicher, dass er schon mal gespielt hat ja. Ich bin sicher dass er schon mal gespielt hat ja. Was machst du da ja. ich wusste mal einen Augenblick Ich würde mal sagen, ob ich es schon mal gespielt hatte oder nicht, ich weiß es nicht. Das ist schon eine Weile her, was man am Spiel gemacht hatte. Ich würde dann zurück hier, wir haben jetzt ein paar Radier gewollt. Da rein, da rein. Und dann machen wir die da. Ja, das mag ich doch nicht. Komm. So. Ja, so. Da will ich nicht sehen. Aber warum bin ich da schon drinnen? Ach, das ist doch blöd. So. Ach, das ist doch blöd. 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 Oh, die bin schon da. Oh, die bin schon da.